Eine neue Folge, ein neuer Auszug. Dieses Mal trifft es Manuela Wissbeck, die bald wieder ihre Liebsten in die Arme schließen kann. Schauspielerin Manuela Wissbeck ist als nächste bei Promi Big Brother rausgeflogen. Eigentlich hätte sie noch länger bleiben wollen. In der Show hat sie aber laut eigener Aussage auch gemerkt, was man sonst eigentlich hat im Leben. Und eine gute Sache hat das Ganze tatsächlich für Wissbeck. Dem ganzen Frust, der sich bei den BewohnerInnen in den letzten Tagen angesammelt hatte, entgeht sie nun. Es herrscht Frust im Promi-Container und nur die Matratzen bringen Freude. Vor dem Auszug von Manuela Wissbeck gab es jedoch noch eine gute Nachricht für die TeilnehmerInnen. Der große Bruder bot ihnen einen Tausch an, auf den sie gerne eingingen. Die Promis bekamen die Matratzen zurück, die sie nach zahlreichen Regelverstößen abgeben mussten. Der Reality-TV-erfahrene Matthias Mangiapane hatte dazu erklärt, dass er bisher an keinem so harten Format teilgenommen habe. Es ist auf jeden Fall Frust im Container, bestätigte Paulina Liubas. Die Motivation sei auf Null, meinte Wissbeck. Alle sind müde, alle sind hungrig. Dafür müssen die Kandidaten nun vorerst auf die Sofas im Container verzichten. Wieder geht es um die Beziehung von Iris und Peter Klein. In weiteren Rückblicken auf die vergangenen Stunden, in denen teils auch der am Vortag er ausgeworfene Ron Bielecki noch zu sehen war, machten es sich die Promis unter anderem in Duos in einem Hot-Tube gemütlich. Dabei kamen Iris Klein und ihr ehemaliger Partner Peter Klein einmal mehr auf ihre Beziehung zu sprechen. Nur schlechte Momente habe es laut Iris gegeben und er habe einfach alles kaputt gemacht, erklärte sie unter Tränen. Sie hat offenbar weiterhin viel zu bereden und schüttet einmal mehr ihr Herz aus. Süße Botschaften von den Familien Weitere Tränen flossen bei den meisten Promi Big Brother Insas, innen als sie sich Videobotschaften ihrer Liebsten ansehen durften. Iris Klein durfte sich unter anderem über Nachrichten ihrer Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser freuen. Du machst das richtig geil, sprach ihr Katzenberger gut zu. Und TV-Star Jelis K.O.C. bekam endlich wieder ihr Töchterchen Snow zu sehen. Hätte von ihrer Mutter aber gerne nettere Worte bekommen. Sie habe das Gefühl, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Ein Auszug und der nächste Exit. Kurz vor Mitternacht musste sich schließlich Wissbeck von ihren MitbewohnerInnen verabschieden. Sie werde am meisten Peter Klein und Paulina Ljubas vermissen, erklärte sie, die mochte ich sehr. Vor allem für Paulina hat sie liebe Worte übrig und äußert, sie macht eine wahnsinnig geile Entwicklung durch. Ihr würde sie außerdem den Sieg gönnen, gleiches gilt für Peter. Die aktuelle Container-Chefin K.O.C. musste nach dem Auszug zudem drei Mitbewohner für den nächsten Exit nominieren. Wenig entscheidungsfreudig landete sie schließlich bei Marco Strecker Iris Klein und Mangiapane, der mit der Wahl so gar nicht einverstanden war.